Nein, das geht ja gar nicht. Eigentlich auch nicht. Zock nicht. Schaff ich das jetzt? Ich weiß es doch nicht, Junge. Ich weiß es nicht. Am besten wäre es, wenn ich jetzt kurz beenden würde und gucken würde, aber dann ist die Aufnahme, wenn ich die nochmal starten würde, versaut und darauf habe ich echt keinen Bock. Also lasse ich es. Ich dachte, ich hätte nicht einfach so gut springen können. Da kann ich mich festhalten tun. Boah, wo komme ich denn jetzt lang? Mann. Dass sie keinen einzigen Anhaltspunkt hier geben können. Nö, die müssen ja selbst herausfinden. Hm, mache ich doch nicht. Äh, bin doch egal. Sowas ist nicht mehr schwer oder so? Das ist kacke. Ja, das ist kacke. Mein Gott, Valum. Valum nur, Valum. Valum. Was willst du? Was willst du? Ich muss da hinten hin, aber wie komme ich denn da hin? Mann. Ich will die Aufnahme nicht beenden. Ich schneide das zurecht. Genau, ich schneide das zurecht, bis ich es gewonnen habe. Auch wenn ich jetzt stundenlang aufnehmen muss. Bis ich den Dreck von herausgefunden habe. Boah, warum machen die sowas? Ich würde gerne wissen, Mann. Es war fast. Obwohl ich keinen Bock darauf habe, das zusammenzuschneiden. Das kriegt man ordentlich von mir. Mann. Ein Jedi, ich kann gar nichts. Das tut vielleicht, dass ich mich voll abbrechen kann. Geh kaputt, ey. Geh kaputt, Mann. Äh. Yay. Hier ist nix, da ist nix. Da kann man gar nichts machen. Mann. Warte. Kann sein, dass ich einfach nur dumm bin? Mag sein. Yay. Okay. Okay, ich bin dumm. Mag sein, und das war sogar wahr. Dann da einfach wieder rüber springen. Oh, das war jetzt so schwer. Ich glaube, ich muss sterben. Hallo. Hast du bitte ein schön rotes Lichtschwert, ja? Das irritiert dermaßen. Ich dachte, du wärst ein Gegner. Und wenn du ein Gegner gewesen wärst, dann wäre es ziemlich komisch aus. So. Einfach mal schön. Hat man ja gesehen, dass man das kaputt machen konnte. Nicht wie dort einfach rüberspringen. Stopp. Stopp. Was hast du denn drauf? Ich habe das hier drauf, und dann mach ich das, und dann mach ich das. So. Sag du. So. Ein F12. Safe State. Tun sein. Tun sein. Dann kann man da nicht drüber, glaube ich nicht. Nöp. 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 Heilunge. Tüge. Ähm. Jetzt. Ja, ich habe ... Hey. Das ist anstrengend. Und wie dieses Scheiß-Headset-Kabel einfach nur die ganze Zeit nervt. Ich muss so ungemütlich hier sitzen. Ist auch wieder toll. Ich hab mich geheilt. Ich hab Hand an mich gelegt. Oh yeah. Okay, spring. Spring. Dies ist eine schöne Textur. Dies nicht. Ich speichere ein bisschen, hoffentlich weiß ich. Hab ich aber auch schon ganz oft gesagt, dass ich hinbekomme. Okay, dann mach ich das halt von hier. Und dann komm ich wieder hoch. Und da komm ich dann nicht hoch. Kann ich da knicken. Oh Gott, ich knicken. Da komm ich gar nicht hoch. Wie komm ich denn jetzt da lang? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Wenn ich das noch mal runterfalle, dann lad ich mir neu. Hä? Hier ist nix. Griffreicher nicht so weit. Um irgendwie kaputt zu machen oder so. Kaputt, ja. Kaputt. Yeah. Ich hab gedacht, das würde jetzt schnell gehen und was ist? Ich hab gedacht, das würde schnell gehen und was ist? Ich glaube, ich hab das letzte Mal irgendwie voll komisch geschafft. Ich bin hier lang gesprungen und bin dann den letzten Rest dort hineingerutscht. Ich weiß, dass ich das geschafft hab. Ich weiß es. Ja, ich weiß es. Gibt es hier denn irgendwo, wo ich drauf gehen könnte und dann da springen könnte? Könnte. Könnte. Da komm ich ja nicht hoch. Na. Ist doof. Das ist doof. Okay, dann. Bisschen schräger vielleicht. Und. Ich spring. Yeah, ich hab mein Leben behalten. Und jetzt nicht mehr. Wenn ich mit meinem Arm weiter länger so sitze, dann, na. Ja, so ist es genauso unmöglich. Alles scheiße. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war mein Trick. So hab ich's gemacht. Bin ich böse. So macht man das. So macht man das. Okay, so kann man's auch machen. Okay, okay. Ähm. So könnte man es auch machen. Oh, verdammt. Das ist jetzt, äh. Scheiße. Und spring. 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 Und spring. Also, ja, man hätte es so machen können. Also. Das wär der legale Weg gewesen. Ich mag aber keinen legalen Weg. Warum legalen Weg, wenn ich auch einen ganz schmalen, schweren Weg kann. Ich schlag zu und werfe. Stört man. Tötet mich doch nicht. Ich muss die. Okay. Ich muss die. Entschuldigen, das konnte ich nicht aufhalten. Sowieso wahrscheinlich dann. Boah. Ich muss in dieser Folge so viel schneiden. Oder hat? Ich hab noch nie geschnitten. So viel. Und zumal. Sollte ich so viel schneiden? Mach ich nicht gern. Muss alles rein sein. Und da oben können wir rennen. Aber wir töten erstmal die anderen Leute hier. Irgendwann nett. Ah, ja. Wie, du bist nicht tot. Du hast mein Lichtschwert voll getraut. So. Anders. Man kann auch übertreiben. Du wirfst mich ab. Damit du es kapierst. Du hast mich abgeworfen. Ma. Was hast du denn draus? So, komm, jetzt. Komm, 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 komm. Er zack. Gut. Feingemacht gern. Fein. Oh, feingemacht. Kai. So von hinten irgendwie aus. Aber ist sehr unlogisch. Aber trotzdem. Lass mich nur gucken. Ich hab nie was gesagt. Nie. Was? Hier ist nix. Oder was? Kann ich irgendwas machen? Ich spüre. Nein. Kann ich nicht. Ja. Mal interessant gewesen vielleicht. So ganz cool. So. An. Auf. Ziehen. Bla. Da ist Ragnos Graf. Ragnos Graf. Dort ist Ragnos Graf. Jung. Ich kann es verspülen. Was so blitzst du? Nee. Konntest du mal gucken? Stirb. Was hast du denn drauf? Rein Lust. Zeigen Sie sich. Ich hab Geschwindigkeit drauf. Spüre dich. Wer sind sie? Danke dafür. Für diesen Schub. Geh mach auf. Das Ding ist Tavion. Genau. Das ist Tavion. Liebe Leute. Und der Endkampf wird scheiße. Glaube ich. Tavion. Genug damit. Ah. Kyles guter Schüler. Du kommst zu spät. Bald wird Marker Ragnos zurückkehren und die Jedi auslöschen. Die Sith werden regieren. Wie gelang wird der da so? Du hörst dich. Kyle hat mir alles über dich erzählt. Wie du weggekrochen bist, als er dich besiegt hat. Ruhe, Schüler. Ich besiegele Kyle Katarns Scheitern. Mein Sieg? Roshs Verfehlung und jetzt auch dein Tod werden ihn zur dunklen Seite führen. Niemals. Jämmerlich. Jämmerlich, du bist jämmerlich. Du Tosse, du kleine Schlampe, du. Ich muss dir sagen, du bist bekackt. Du bist weggekrochen. Wenn ich wachstelle. Übertreib. Nur Feiglinge verstecken sich. Ja, mag sein, aber in dem Moment bin ich gerne ein Feigling. Sehr gerne. Kann man den kaputt machen? Ich dachte, wäre lustig gewesen. F12. Ha. Ich habe die Macht des Speicherns bei mir. Deswegen kann ich das so machen. Und so. Und so. Und so. Ha. Siehste mal. Siehste mal. Siehste mal. Siehste mal. Siehste mal. Wow. Wow. Übertreib. Übertreib. Ne, ich will nicht. Ich will heilen. Und stell dich mir. Nimmer niemals. Ich weiß, dass du hier bist. Das geht durch Stein. Das ist scheiße. Das ist unfair. Nur Feiglinge verstecken sich. Kann sein. Hab ich schon mal gesagt, ne? Kann sein. Übertreib, übertreib, übertreib. Übertreib, Mann. Übertreib, übertreib. Übertreib, übertreib. Uhu. Okay. Nur Feiglinge verstecken sich. Ja, ja, hab schon verstanden. Halt und stell dich mir. Neun. Kein Interesse. Weah. Das ist fies. Darf ich das sagen? Das ist sehr fies. Wird eigentlich auch eingez... Nein. Nein, nein. Uuuh. Das war heftig. Das war heftig. So, ich will... Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht.